Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen in 2022. Ohne echte News, da gab es über die Feiertage erstaunlich wenig Smartphone-Touchereien. So für mich. Das fand ich ziemlich gut. Hat bei mir aber dazu geführt, dass ich so ein paar eingespielte Apps, ein paar bekannte Arbeitsabläufe und die gewohnten Setups, meine gewohnten Setups, in Frage gestellt habe. Was ich so alles umgeworfen habe und mit welcher Software ich in dieses Jahr einsteige, das will ich heute mal festhalten.